In meinem letzten Video habe ich den Typen schon mal angesprochen, Kurs gegen Ende. Und dann dachte ich mir, was ich ja sonst eigentlich nicht mache, mache ich mal ein ganzes Video über diesen Typen und warum er, ich sag mal in Anführungszeichen, so bekannt ist. Wenn ihr ab und zu, wird nicht oft der Fall sein, aber generell Bock auf sowas habt, lasst es mich gerne wissen. Und generell, wenn euch der Kontakt gefällt, lasst gerne ein Like da, Kommentare für Videovorschläge und Verbesserungswünsche. Und lasst auch gerne einen Sub da, um mich auf dem Weg zu den 1000 Abonnenten zu unterstützen. Und auch wenn es kein schönes Thema ist, viel Spaß. Peter Scully wurde 1963 in Melbourne geboren, also Australien. Und er lebte mit seiner Frau und seinen beiden Kindern bis 2011 in einem Vorort von Melbourne. Zu dem Zeitpunkt kann man nicht mal sagen, dass alles so 100% glatt oder normal lief, weil da auch schon einige illegale Sachen am Laufen waren. Wie zum Beispiel liefen da Betrugsfälle in mehrerer Millionen Höhe. Denn 2009 wurden Untersuchungen gegen ihn eingeleitet und dann fand man eben heraus, dass er wohl an 107 Betrügereien und Täuschungen im Zusammenhang mit Immobilienbetrug verwickelt war. Nur war das zu der Zeit nicht das einzige Strafbare, was bei ihm am Laufen war. Denn zu diesem Zeitpunkt befand er sich immer noch in Australien und betrieb dort einen nicht lizenzierten Online-Escot-Service. Und dort war seine philippinische Freundin, nicht die Frau seiner Kinder, eine andere philippinische Frau, Teil von gewesen. Zu der komme ich aber gleich nochmal. Auf jeden Fall war dann Zeit nach der Zeitpunkt gekommen, wo er von Australien nach den Philippinen flog oder beziehungsweise dahin zog. Um genau zu sein nach Cagayan de Oro. Das befindet sich eben auf den Philippinen. Und dort war es nicht nur ein wenig kriminell, was da abging, wie die Sachen, die er davor schon getan hat. Das war erst der Anfang von allem, was er folgen würde. Denn von außen betrachtet war er ein recht unauffälliger Typ mit vielen Freunden, einer Freundin, die gerade genannte philippinische Frau eben, und ein schönes Haus. Nur hatte er nicht diese eine Freundin, sondern mehrere, aber das ist ja nur eine Nebensache. Ein Jahr später, im Jahr 2012, bat er seine zu der Zeit gerade erwähnten Freundin namens Lisiel Magallo oder Lisiel Magallo, keine Ahnung, Kinder zu adoptieren. Und wenn man den Lebensstandard in einem Land wie Philippinen auch nur andersweise auf den Schirm hat oder kennt, weiß man, dass sie da ziemlich arm dran sind und Hungersnot ziemlich oben auf der Karte steht. Und an sich war es auch ziemlich einfach, Kinder von der Straße aufzugabeln und mehr nach Hause zu nehmen. Und das tat er leider auch, denn die Eltern von den Kindern dachten dann, dass ihnen Essen, Trinken und eine Unterkunft geboten werden würde, was nicht so ganz der Fall war. Und recht schnell waren nicht nur seine Freundin Teil seiner Masche, sondern noch weitere Weiber. Eine Frau namens Carmen Alvarez oder eine andere namens Maria Dorothea, aber es gab auch noch ein, zwei andere, die da mitmachten. Auf jeden Fall, das Interesse war anfangs nur an Kindern im Alter zwischen 12 und 9 Jahren gewesen, aber das war nur am Anfang so gewesen, als ob das nicht schon schlimm genug wäre. Ging als Interesse auch hin bis zu Babys, wo man bis heute nicht zu 100% weiß, wo er die Babys her hatte. Aber dazu komme ich gleich nochmal genauer. Auf jeden Fall hatte er eben Kinder oder heranwachsende Teenager, wenn man das so sagen kann, ins Haus gelockt von sich. Und er hat unter anderem zwei Teenie-Mädels mit Alkohol abgefüllt und sich an diese vergangen. Er hat sie dabei gefilmt und fotografiert. Seine sogenannte Freundin bekam das alles mit. Aber nach fünf Tagen zeigte sie eine Art Reue und ließ die beiden Mädels frei, weil er sie eben gefangen gehalten hat, mit Hundeheißbändern angekettet und so weiter. Und es war für die Frau anscheinend zu viel gewesen. Was nicht viel Sinn macht, wenn ich gleich auf ein anderes Thema zu springen komme, aber das lassen wir erstmal so stehen. Und ein Detail, was noch ziemlich verstörend ist, ist, dass gesagt wurde, dass er die beiden Mädels, die er gefangen gehalten hat, dazu gezwungen hat, ihr eigenes Grab zu schaufeln. Und ab diesem Zeitpunkt waren es nur wenige Monate bis hin zu seinem ersten richtigen Darknet-Snuff-Video namens The Fool Love, gedreht von Peter und seiner Vorzeigefreundin. Und was man in diesem Video unter anderem sah, war eine Kissenschlacht, nur mit keinen Kissen, sondern die Kissen wurden durch Babys ersetzt. Umgerechnet mussten Leute für ein Video, also dieses Video, angeblich, das ist die Summe, mit der ich meistens zusammen mit diesem Video gelesen habe, 6200 Euro zahlen. Und wie gesagt, bis heute weiß man nicht wirklich, woher er diese Babys hatte. Man weiß es nicht. Aber das war nur sein erstes Video und dann schon so etwas, da will man sich eigentlich nicht ausmalen, was in anderen Videos noch passierte. Und ab diesem Zeitpunkt betrieb er auch eine Internetseite im Darknet, die eben darauf gezielt abgerichtet war, ich sag mal, die Lust von vielen zu stillen. Und auch ab dem Zeitpunkt, wo dieses Video der Fool Love rauskam, waren es nur wenige Wochen bis hin zu seinem bekanntesten und mit schrecklichstem Video namens Daily Destruction, was ich eben beim letzten Video angesprochen habe. Das Video ging im Darkweb für 10.000 Euro weg. In dem Video sieht man die 12-jährige Lisa, die 11-jährige Cindy und ein 18 Monate altes Baby namens eben Daisy. Und nun mal kurz vorweg, wo das Video ans Tageslicht kam, wollten Leute nicht glauben, dass es echt ist, weil es so widerwärtig, brutal und abartig abstoßend ist, dass es als eine Urban Legend abgestempelt wurde. Was es leider Gottes nicht war. In dem Video sieht man, was man sich eben denken kann. Sie sind alles gegen den Willen, Verbrennungen, anderweitige Gewalt und noch viele andere Sachen. Aber zu viel muss ich jetzt so vom Inhalt nicht sagen, damit man weiß, wie widerwärtig das eigentlich ist. Und bitte such nicht nach diesem Video. Ich glaube, man findet es auch gar nicht im Clio-Web. Aber generell tut es einfach nicht. Ich glaube, es ist sogar strafbar. Daher lasst es bitte einfach. Und was hier noch angemerkt wurde, die beiden, Lisa und Cindy, wurden leider von ihm umgebracht, aber das Baby Daisy nicht. Aber ihr wurde trotzdem leider Gottes viel zu viel angetan. Ein Typ namens Matthew hatte dieses Video auf seiner eigenen perversen, ekelhaften Seite, dessen Name ich nicht nennen werde, geleakt, in der Hoffnung, mehr Zuschauer auf seine Seite ziehen zu können. Daraufhin wurde das Thema immer größer und immer populärer und es wurden Ermittlungen eingeleitet. Und das im Jahr 2014. Doch war das nicht so einfach, ihn und seine Komplizen zu finden? Doch nach zig Wochen soll man angeblich seinen Akzent, seinen australischen Akzent, rausgehört haben. Das ist das, was man zumindest meistens lesen kann. Und am 20. Februar 2015 wurde er dann auch mit seinen Komplizen gefasst. Und man fand sogar die Darsteller von dem Daisy-Destruction-Video, Lisa und Cindy. Und sie waren am Leben. Nicht, wie man sagt, sie seien im Film verstorben. Sie waren am Leben. Das ist zumindest das, was ich finden konnte. Hierüber generell was zu finden, ist alles andere als leicht. Daher, wenn ihr irgendwas wisst, gerne in die Kommentare. Weil einige Quellen reden davon, dass sie verstorben sind in dem Video. Ich konnte wiederum finden, dass sie noch am Leben sein sollen. Deswegen ist das hier eine ganz komische Sache. Aber dazu komme ich zum Schluss nochmal. Und die Freundin von Peter, die alles mitmachte, meinte, sie habe auch gesehen, wie er sie killte. Also die Mädels. Nur wahrscheinlich hat er sie so sehr verletzt, dass man dachte, beziehungsweise dass sie dachte, sie seien eben futsch. Und wie gerade schon erwähnt, gefasst wurden die beiden widerwärtigen Menschen 2015. Peter war auch der Grund, weswegen man nachdachte, auf den Philippinen die Todestrafe wieder einzuführen. Was leider nicht dazu gekommen ist. Was aber feststeht, er kommt nie wieder aus dem Knast. Ich hoffe, er hat die Seife nicht nur einmal fallen gelassen. Obwohl ich dem noch so viel mehr Schlimmeres wünsche. Aber das darf ich dir auf YouTube nicht sagen. Und der Ort, wo er sich befindet. Das Gefängnis. Wurde nie öffentlich bekannt gegeben, um ihn eben zu schützen. Und ich möchte nicht alles aufzählen, weswegen er angeklagt wurde. Weil das eine ziemlich lange Liste ist. Wenn ich alle Punkte runterrechnen müsste. Aber es ist ziemlich viel. Belassen wir es dabei. Und seine Freundin ist auch im Knast. Und das auch lebenslänglich. Was hier teils noch aufgeworfen wurde, ist, dass Peter und Liz, also seine philippinische Freundin, denen ist im jüngeren Alter wohl auch was widerfahren. Also Missbrauch. Aber ich habe es schon mal gesagt und ich sage es wieder. Egal, was einem Menschen im Leben widerfährt. Es gibt einem keinen Grund, so etwas zu begehen. Geschweige irgendeine Art von Straftat, die in so eine Richtung geht. Und nochmal angemerkt, weswegen der Fall so, ich sag mal, klein und nicht populär ist. Gehalten wurde. War, weil der Fall viel zu schrecklich war, um ihn groß werden zu lassen. Was ich komplett nachvollziehen kann. Deswegen ist das hier auch so kompliziert zu sagen. Sind die beiden Mädels Cindy und Lisa wirklich noch am Leben? Oder sind sie tatsächlich verstorben? Weil von dem, was ich finden konnte, sollen sie am Leben sein. In anderen Videos auf YouTube und andere kleine Berichte steht wiederum, sie seien nicht am Leben. Deswegen weiß ich hier nicht so ganz, was ich hier für die Wahrheit halten soll. Weil man findet hier generell wirklich sehr, sehr wenig nur drüber. Was aber wiederum einige Fragen aufwirft, die ich leider nicht beantworten kann. Deswegen, wenn ihr irgendetwas Spezifisches wisst, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Aber ich habe echt keinen Plan, was jetzt die 100%ige Gewalt mit den beiden Mädels ist und was nicht. Die Story an sich, so ist die Wahrheit. Aber mit den beiden Mädels ist es etwas schwierig, weil die eine Quelle spricht davon, sie seien am Leben. Die andere spricht davon, sie sind im Video gestorben. Und auch mit dem Baby Daisy. Lebt das Baby heute noch? Was hinter den Kameras passiert ist, wissen wir auch nicht. Das ist alles ein extrem, extrem ekelhaftes und kompliziertes Thema. Wie im Intro schon gesagt, kein schönes Thema. Aber ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen. Dass der Typ abartig ist, da brauche ich glaube ich nicht viel mehr zu sagen. Aber wenn ihr generell Bock auf so eine Art von Videos zwischendurch mal habt, wie gesagt, lasst es mich gerne wissen. Lasst ein Like, Comment und ein Sub da. Und bis zum nächsten Mal.